ok let's go willkommen zurück zu rtl schwing 2005 hier sind wir beim amateur weltpokal jetzt geht nach torino nach italien ja jetzt haben wir wie schon angekündigt den ersten sprung über den kappen geschafft wenn ihr das sehen wollt schaut mal in meinem vorherigen video da es dann endlich mal funktioniert und jetzt let's go mit dem sprung hier ok da wollen wir jetzt mal hier mal runter saufen da hat der schwung aber ok nach zehn meter schon mal wie weit das heute nach unten trägt bei den wunderschönen aufwind wir müssen verwackelt aber auch in ordnung 16,5 meter hier ist jetzt hier die liste von den von der top 50 aber die besten 30 kommen in den zweiten durchgang und da bin ich auch mit dabei und zwar zum schluss weil ich ja führe und jetzt wollen wir mal zum sieg springen schauen wir mal wie weit es uns jetzt nach unten trägt super absprung jawohl wieder den kappen überschritten 127,5 meter also den sprung den schluss schon mal und jetzt nochmal genau an ja sah schon ganz schön nice aus 127,5 meter ich kann mir den schwung nicht oft genug angucken ok aber das ist in ordnung und schon haben wir ja gewonnen die nächsten 5000 euro eingebuchtet und jetzt geht es noch mal nach torino dann nehmen wir ein bisschen an der sprung kraft an der fitness aber das reicht auch motivos haben habe ich genug versuchten wir erstmal werden wir dem wachs meister auf und dann let's go ja der wind ist auch wieder in ordnung schau mal jetzt mal was wir so fabrizieren jetzt haben wir den öffnen verpasst das konnte man schon sehen sonst wären wir noch weiter gekommen aber egal die quali haben wir gewonnen und jetzt springen wir im ersten durchgang schon viel viel besser auf absprung ja dann wäre so eine scheiß landung da geht mehr da geht einfach definitiv mehr so schauen wir mal ob wir wieder den k-punkt schaffen oder nicht guter absprung ja soeben aber 126 meter sind auch in ordnung passt schon wunderbar ok schon haben wir wieder schon haben wir den amateur weltpokal gewonnen 5000 euro dann nochmal 10.000 euro noch preis gilt und dann noch 5000 erfahrungspunkte ok jetzt haben wir nation's cup amateur und jetzt geht es nach trontheim natürlich wir haben wir mit dem wachs meister und natürlich training ist auch training über training trontheim norwegen auch eine sehr von der anmodischen aber eine schöne anlage wie ich die auch schon mal im fernsehen gesehen habe ein bisschen schräg rausgekommen aber sei es rum nur drei meter ist in ordnung für den anfang das ist jetzt halt auch auf der team spielen ok dann wollen wir mal ok der sieht auch in rotung aus jawoll so hat zwölf meter ok ok jetzt sind wir wieder an der reihe und jetzt schauen wir mal wie weit wir jetzt springen ich bin wieder an der reihe naja 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 aber ein bisschen ja quasi bis auf den k-punkt 120 m Ist in Ordnung. Oh, Deutschland nur 4. Warum? Ja, wahrscheinlich waren die anderen schwach. Jetzt geht es nach Sapporo. Nach Japan. Schauen wir mal, was wir dann da hinkriegen. Hoffentlich eine bessere Platzierung. Ja, der Wind, der still oder ganz leichter Aufwind. Schauen wir mal, was so geht. Ah. Ärgerlich. Der hat schon nicht getroffen. So, da wollen wir jetzt mal im ersten Durchgang versuchen, es besser zu machen. Weil wir wollen ja auch mal ein bisschen weiter kommen. Diesmal ist der Schwung in Ordnung. Das ist eine Ordnung. 7,5 Meter. Okay. Jetzt führt Deutschland auf. Mal wieder. So, da wollen wir jetzt nochmal versuchen, einen ordentlichen Sprung hinzulegen. Guter Absprung. Ja, bis in der Nähe vom K-Funk. Leider war da noch nicht mehr drin, aber egal. Jetzt ist Deutschland wieder zweiter im Gesamtklasmon. So, einen Sprung machen wir noch in diesem Video und dann mache ich erst mal wieder einen Cut. So. Wir wollen ja jetzt auch aufs Ganze gehen. Und jetzt hier in Titisee Neustart. Oh, das ist aber nüt. Aber mit, äh, mit Aufwind. War vorerst, aber jetzt, äh, hat sich der Wind das doch wieder anders überlegt. Okay, jetzt können wir loslegen. Guter Absprung. Guter Absprung. Aber der Wind, der schaukelt alles hin und her. Da kann ich ja nicht viel machen. So, jetzt wollen wir erstmal wieder den Wind wieder ein bisschen ab. So, okay. Immer müssen wir ja mal runter. Da fällt der Absprung. Und der Sprung ist aber auch okay. 112,5 Meter. Ah, jetzt führt Österreich. Okay, jetzt müssen wir nochmal alles raushauen. Aber der Wind, der lässt es nicht zu. Perfekter Absprung. Ja, der war okay. 118 Meter. Aber jetzt hat Österreich ja gewonnen. Vor Deutschland. Okay, dann beende ich, äh, dann beende ich das Video jetzt, mal, äh, da würde ich sagen, mach mal gleich das nächste Video wieder weiter. Und haut rein, Leute, euer Marcel Let's Play. Ja. Ja.